Was ist das für ein Orchesterstück? Vielleicht sage ich erstmal, dass ich das damals gar nicht als ein Kaumusikstück aufgefasst habe, sondern als ein kleines Orchesterstück. Ein Stück mit einem Orchester, das aus drei Instrumenten besteht. Nämlich Bass-Kleinette, Cello, Klavier. Trotzdem wollte ich die Flächigkeit, also die Darstellung auf der Fläche, die Zeichen auf der Fläche im Bewusstsein halten. Deswegen habe ich das auch genannt, dass es eigentlich ein Orchesterstück ist. Ein ganz kleines Orchester. Und innerhalb des Chiffrezyklus ist es sicher der introvertierteste Punkt, der zurückgenommenste, stillste Moment. Chiffrezyklus ist ein ziemlich ausgedehnter Skulpturenpark, wenn du so willst. Für ein kleines Orchester eigentlich. Aus Zeichensetzungen bestehend. Aus angerissenen, kurzen Zeichen. Aus denen dann vielleicht größere Erzählungen gewonnen werden können. Und wie gesagt, Chiffrezyklus ist dann der ruhige Mittelteil. Da werden wir ein bisschen rumschneiden. Da werdet ihr ein bisschen rumschneiden? Ja. 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 Ja.